Hey, wir zwei, wir suchen dich. Damit man zusammen etwas bewegen kann, man muss frei in dem Team arbeiten. Man muss sicher selbstständig und erweckt sein und der Sinn hinter dem gesehen, was er macht. Du musst die örtliche Gegebenheiten lernen. Du führst Verhandlungen mit Blondigentürmern. Du machst die örtliche Bauleitung. Du bist vor Ort gedruckt. Du hast die finanzielle Kontrolle vor Ort. Du machst E-Mess und Kontrolle von der Baustellung. Wir können zusammen etwas erleben. Wir machen eine Infrastruktur, die selbstverständlich ist. Und das ist vielleicht zusammen. Und dadurch, dass wir uns zusammenarbeiten. Wir haben die coole Arbeit, das tolle Team und wir haben Spaß gemacht. Projekt- und Bauleiter, wir sind 18 Personen. Wir arbeiten vom Standort Spitz und Standort Schabings. Zu 50% im Büro. Zu 50% draußen auf der Baustelle im Freien. Du hast zweimal die Working, wo du das machen kannst. Du kannst individuell arbeiten, wie und was du immer willst. Wenn du nach dem Ganzen, was du gehört hast, Lust hast, ein, zwei kennenzulernen, dann melde dich. Wir wollen dich kennenlernen. Wir werden dir jetzt. Wir werden dir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.